Zum anderen waren wir auch schon zu Gast bei Alfons in der Star-Nacht. Sie haben auch in diesem Sommer Ihren Song Land in Sicht präsentiert und haben, wie ich, unsere große Chance genutzt und uns in die wohlwollenden Hände des ORF begeben. Zum einen, es gibt einen kleinen Unterschied, diese Herrschaften haben die große Chance der Chöre gewonnen. Ja, da müssen wir jetzt auch nicht tiefer halten. Du könntest doch noch mitmachen, weil Österreich sucht den Superstar. Ich meine, das war erhört. Ich probiere alles. Im dritten Teil des ersten Gruppes kommen dann zwei sensationelle Klavierklassen, meine Damen und Herren, Eduard und Johannes Kutlowatz, die gerade von einer großen Jahrtauern zurückkommen. Sie sind die künstlerische Leiter des Lichttestpals in Raiti und da gibt es dann für Sie im dritten Teil ein wunderbares Klavier, vielen Dank, aber Sie wissen schon, Sie kennen die Melodie auch sofort. Das war es eigentlich schon, noch kurz später. Das war für das erste Mal. Wenn wir jetzt da noch hinauskommen, ohne dass wir uns verstanden haben, vielen Dank für den harten Schöne. Vielen Dank für den harten Schöne. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.